Wusstest du, dass du auch ohne die korrekte Münze so einen Einkaufswagen aufkriegst? Alles, was du brauchst, ist 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, geht mit allem, da reinlegen und dann mit diesem Ding, wie heißt das überhaupt, keine Ahnung, dann drückst du das Ganze ein bisschen nach vorne und nach oben und zack, ist das auf. Ihr habt nie wieder die falsche Münze dabei. Viel Spaß!